Ich werde das ganze ein bisschen lustig zusammenkappen, denn Skywars alleine ist langweilig bei mir, denn ich verliere, glaube ich, jede dritte Runde, deswegen habe ich leider auch nur das Tank-Kit, ich bin ja auch kein, ich habe ja auch keinen YouTuber-Rang, sodass mir sämtliche Kids in den Arsch geschoben werden. Hat er jetzt nicht gebracht, denken vielleicht ein paar von euch, habe ich aber jetzt rausgelassen. Auf jeden Fall ist das Ganze, naja, für mich relativ schwer. Ja, ich bin nämlich im Moment, oder ich bin relativ schlecht im PvP, was die meisten wissen, darum spiele ich auch mehr Bedwars. Ich komme auch mehr aus der Bedwars-Szene und nicht aus der Skywars-Szene, aber ich dachte mir, ich probiere das Ganze mal aus und spiele jetzt mal eine Runde Bedwars. Ich finde Bedwars, äh, ich finde Skywars auch ganz geil. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch natürlich, lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefällt, und ich würde sagen, wir schneiden dann mal zusammen. Der Insel war keiner, der ist geläftet. Was für ein Huzo. Mann, ich wollte gegen den kämpfen. Na gut, dann machen wir uns wohl hier und gehen dann in die Mitte. Oder auch nicht. So, kommt doch her, kommt doch her, wenn du dich traust. Nee, ihr Glück. Gut, dann machen wir uns schnell eine Diabrust. So, rein damit. Dann, was können wir jetzt noch machen? TNT haben wir, ein bisschen das. Ah, eine Rode. Ist auch immer ganz praktisch. Wollte ich gerade sagen, ich meine natürlich praktisch. Schauen wir mal, ob wir, ja, wir haben genug Sticks für eine Rode auf jeden Fall. Klar, ich finde scheiß, natürlich haben wir genug Sticks, ich meine, wir haben Holz. Halt dein Maul. Ah nice, da sind wir nur noch zu dritt. Das geht ja flott, diese Runde. Schauen wir mal, ob wir die gewinnen können. Lol, ich kann gerade nicht bauen. Es war gerade die Blockade in meinem Gehirn. Ich habe gerade eine MG geschafft, bin ich auch stolz drauf. Komm schon. Mann, ich muss, ich glaube, ich muss in die Mitte. Ist er ertrunken oder so? Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen gelassen. Nee, der eine ist runtergefallen. Nice, da haben wir eine Chance. Da haben wir eine Chance abzustauben. Oh shit. Spielniger. Ja, da ist er jetzt. Unglücklicher kann man eigentlich nicht gewinnen, aber ich habe es geschafft. Nee, doch, er schafft es nochmal. Oder auch nicht. Tschö mit Öl. Das war es, glaube ich, jetzt endgültig von dem Typen. Eio, boah, schreit! Lol. Nice. Ich kann mir jetzt noch TNT runterhauen, aber... Das machen wir auch jetzt noch schnell. Ich bringe noch die Brücke weg, was ich verzweifelt anhalten wollte. Solo, schreibt der Lappen noch, Solo. Wahrscheinlich. Schreiben wir mal JJ. Nice, erste Runde gewonnen. Ich würde sagen, wir machen einen kurzen Cut und sehen uns in der zweiten Runde wieder. Ich würde sagen, wir überraschen den einen Typen jetzt mal. Ja! Genau! Leute, was ist los? Wahrscheinlich tut jetzt so, als wäre ein YouTuber wahrscheinlich, Digga. Hallo? Jetzt. Nice, da hat euch, glaube ich, gerade ein kleines Ping-Problem, würde ich fast sagen. Aber wir haben jetzt ein bisschen Eisen, ein bisschen Stuff rumliegen. Den nehmen wir auf jeden Fall. Wer findet auch, dass das Tank-Kit nicht mehr OP ist, wie es mal war? Ich finde das eigentlich schade, dass es nicht mehr so OP ist. Gut, holen kann er mich sowieso nicht. So, ich hoffe mal, ich höre ihn natürlich. Nice. Ja, das war ziemlich dumm von ihm jetzt. Hat er das Enchanter-Kit? Hat er das Enchanter-Kit, Mann? Hat er das? Jo, hat er. Schreibt jemand Nö rein. Warte, wie lustig. Das hat natürlich nicht wirklich zu dem Satz gepasst. Ich würde sagen, wir holen uns zwei Digas. Und dann ein schönes OP-Schwert. An den Start. Das kann man auf jeden Fall mal nice finden. So. Wir machen jetzt noch eine Angel. Wie jede Sky-Wars-Runde mache ich mir eine Angel. Keine Ahnung warum. Die hat mir schon ein paar Mal das Leben gerettet. Was ich eigentlich auch ganz geil finde. Denn Angeln... Ich mag Angeln, ehrlich gesagt, in Sky-Wars. Da kannst du zumindest die Schneewelle... Wenn du keine Schneewelle hast, ein bisschen punkten. Ich nehme mir noch ein paar Kopflips als Inventar. Und stelle den Chant-Material noch auf. Den wir jetzt bekommen haben. Machen wir uns gleich mal ein Lockback 1 drauf. Stellen dann wieder die Angel hinein. In die neuen. So hätte ich das ganz gern. Genau so und nicht anders in die Mitte. Und gönnen uns dort den schönen und niceen Stuff. Ich hoffe mal der Typ sieht uns nicht oder hat keine Schneewelle gefunden in der Mitte. Ne. Ist mir jemand anbeschäftigt. Können wir uns aber holen glaube ich. Geht sich das... Ne, es geht sich nicht aus. Jo, wahrscheinlich geht sich das jetzt aus. Digga, wenn der eine Schneewelle hat. Nice. Erster Down. Müssen wir jetzt die zweite. Zweiter Down. Ne. Schau einfach mal drauf. Zurück. Weil da drauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Ich habe mich einfach nicht getroffen, denke ich mal. Nicht wie was anderes. Kann das jetzt nicht gewesen sein. Oder ich habe endlich die YouTuber-Range auf Doom bekommen. Was natürlich auch sein kann. In der Tat. Ja, kann man auch mal machen. Habe ich schon zwei Kills? LoL. LoL RuffleCaptor XD würde jetzt Headcam sagen. Ja, leider nicht da ist, denn ich nehme gerade am Nachmittag auf und der hat erst Schul aus. Am Abend. Also, so ungefähr in zwei, drei Stunden. So, ich versuche so möglichst auf Safe zu bauen. Oder möglichst auf Safe zu gehen. Nice. Da habe ich das Water-Emergie auch mal geschafft. Das habe ich ja schon ewig vermisst. Und ich würde sagen, das war es von der Runde. It's me, Mario, hoho. JJ. Ich würde sagen, wir hängen noch eine dritte Runde hinten. Ne, eine vierte Runde eigentlich hinten dran. Ja, ja, meiner Kondus, wir werden zurück nach dem Cut oder den Cuts oder was auch immer ich gemacht habe. Ich weiß es noch nicht. Insofern spielen wir noch eine letzte Runde Skywars auf der Map Camping, heißt die, glaube ich. Wenn ich mir jetzt nicht verlesen habe. Ja, Camping. Ich stehe eh da oben. Mann. Nice. Gleich mal eine Ender Pearl und ein bisschen Stein und so weiter. So, nice. Sehen wir mal da, haben wir die Helm. Eie, ja. Nice. Nice, 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 nice. Gefällt mir auf jeden Fall so ziemlich gut. Sieben Dias, kommen wir auch mal mucken. Dias haben wir jetzt echt OP-Stuff am Stizzle. In der Tat. Nice, da haben wir ihn. Gigi, noch doch nicht. So, haben wir ihn jetzt. Nice, wir haben ihn doch noch nicht. Aber wir hätten ihn fast gehabt. Immerhin fast. Ist immerhin auch schon was. Nice, da haben wir noch eine Enchanted Diaburst. Gefällt mir auch ziemlich gut. Das könnte eine gute Runde werden. Könnte. Bin ich noch Eier? Ne, habe ich nicht mehr. Schade. Habe die schon alle verballert? Nein. Das ist nicht gut. Yo. Wahrscheinlich bau dich doch rüber zu mir. Ich hoffe, die Leute wissen, dass ich eine Angel haben könnte. Mann, Digga. Brauche ich doch nicht die Top-Webs ein. Das bringt dir doch eh nichts. Ich bin doch eh der PvP-Babbo. Ja, komm doch rüber. Du kannst auch gerne in Kopfhubs bleiben. Dann brauche ich dich eben mit Lava ein. Ist mir jetzt auch ziemlich egal. Geht sicher nicht tauern oder so. Ich troll den jetzt einfach ein bisschen. Ah, da hat auch jemand einen Angel. Aber ist runtergefallen. Nice. G. So, dem. G. Ich würde sagen, wir holen uns den letzten jetzt noch. Denn ansonsten geht die Runde ohne Kill aus. Und das geht einfach nicht, Mann. Es kann doch keine Runde ohne Kill geben. Oh, nice. Geschafft. Digga. Ich würde sagen, wir bauen uns ein Stückchen hoch. Der sieht uns nicht, glaube ich. Das könnte ein Vorteil sein. Achso, ja, wir haben hier keinen Knockback. Stimmt. Da war ja was. Habe ich noch? Eine Minute. Ich würde sagen, wir sitzen mal Lava. Könnten wir eigentlich auch... Diesen hier machen. Und sagen, das hier. Und dann machen wir noch... Das hier. So. Und machen... Diesen hier. Und sagen... So. Oh shit. Ich habe verkackt. Digga, was? Nein! Nein! Was? JJ. Da sind wir mal fair. Und schreit das. What the fuck? What? Lol. Ich würde sagen, das war ein Traum auf das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da. Wenn euch solche Kontexts gefällt, dann lasst doch gerne auch ein Abo da. Ich würde mich über die 100 aufs extrem freuen. Ich hoffe, die schaffen wir noch. Ich würde sagen, es gibt natürlich wieder mehr Videos. Ich produziere das Ganze jetzt noch ein bisschen vor. Und ich würde sagen, wenn es euch noch gefallen hat, dauernd nach oben da. Und Endcard kommt jetzt auch noch. Aber da werde ich nicht reden. Ihr kennt die Endcard-Verlinkung in die AI. Also bis dann. Ciao. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.